Und damit herzlich willkommen zurück zu Hunt Showdown auf dem Test-Server. 1.0 steht an und ich mache hier mal ganz kurz die Anmeldung, weil wir sind hier gerade noch im Hauptmenü. Und ich wollte mal ganz kurz einmal das Hauptmenü zeigen, weil jetzt kann man hier zum Beispiel auswählen, wenn man hier nicht zu dritt wäre in einem Team, kann man hier einfach einen Haken raus machen und dann kann man zum Beispiel auswählen, ob man gegen drei Mann spielen möchte oder nicht. Dann kann man zum Beispiel sagen, wenn man im Singleplayer unterwegs ist, also allein unterwegs ist, kann man auch gegen drei Mann spielen. Und wenn man das angewählt hat, kann man dann hingehen und bekommt man halt mehr Pro-Bounty. Auch wenn man zu zweit ist. Nur zu dritt kann man halt nicht abwählen, sonst spielt man immer zu dritt. Und hier kann man halt auch noch die anderen Verträge auswählen und genau, das wollte ich mal ganz kurz zeigen. Also interessantes Menü und wir sehen uns gleich ingame. Und damit herzlich willkommen zurück zu Hunt Showdown, diesmal auf dem Test-Server zu 1.0. Und ich bin auch nicht alleine, denn ja, ich glaube Böde ist dabei, aber nicht nur Böde, sondern auch noch alle. Oh Gott, das wäre richtig voll hier. Das wird ja richtig voll. Das können wir ja zu dritt failen. So, alles klar, los geht's. Mortis aufschrecken und weiß ich nie was. Ey. So, pass auf, die können auf den Westen kommen. Ja. Die drei. Die drei von der Müll aufs Uhr. Da habe ich dir auch schon mal gesagt, dass du diesen netten Hintern hast. Dankeschön. Moment, aber wer ist denn jetzt wer? Und doch, jetzt gibt's ja, jetzt, was bin ich eigentlich? Komm, komm, hab ich mich erschrocken, das macht ja Geräusche. Kann man das ausprobieren? Und du bist eigentlich wer man ist? Ne, du bist auch ein Mädel, oder? Ja, ich habe mir einen weiblichen Hunter am Anfang ausgesucht, deswegen. Bin ich ein Mann? Ja. Ne. Also Wirklichkeit, oder was? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Wirklichkeit im Spiel, keiner mit, das weiß ich. Ey, wer war das? Da ist ein Raben geflogen. Was darfst du? Ganz schön laut hier. Boah, rechts und nicht. Ja, fällt ja gut an. Wir sind näher, der ist ein Hinweis. Huuu, Hinweis. Aber wie krass, triggern denn die Hunde? Auf welche entfernen? So, ich spiel nie wieder mit euch, ey. Aber dahin weiß ich nicht, ja. Okay, ich guck gerade Richtung Westen. Wo ist das gut? Boing, leg mal Mudman ab, dann pick dir mal bitte. Okay. So. Joa, lass mal nach... Boing, nach C&A, oder Wolfshead? Ja, Wolfshead ist ja unsere Seite. Ja, also? Uh! Hallo. Ich hätte jetzt trocken können, bestimmt, oder? Was? Das ist ein Fass. Ja. Ja, ja. Da ist noch das Schimmer. Da sind Hunde. Stimmt, das ist das neue Fass. Hier, Böde. Wie macht man das? Das ist das neue Fass. Wie macht man das? Auf. Oh Gott, scheiße. Mittlere Maustaste. Ich habe übrigens Schüsse gehört. Wir sind also nicht alleine auf dem Feld. Ich hätte mich jetzt auch schon ein bisschen gewundert. Was ist denn ein Tutorial hier gerade? Oh nein, jetzt kriegen die Mücken mich doch noch. Ich bin so eine Runde hier rum. Das ist ein Raben. Das ist ein Raben. Radde, Raben. Vorsicht. Ja, ich muss rennen. Ich habe Mücken am Hintern. Und ich bin aber noch 4.000 Meter von meinem Fass. Warte. 4.000 Meter Stimmen, aber warum? Die sind unten geflogen. Ja. Alle, du hast den Enten aufgeschreckt. Ja. Na toll. Die sind verloren. Das sind meine Freunde. Ich fahre auch, wenn man ihn fahre nicht. Aber hier sind die weggeflogen. Vor allen Dingen, das Geile ist ja, egal ob zu zweit oder zu dritt, schon wieder total weit auseinander. Was denn? Das liegt scheinbar doch an mir. Nein. Die haben nur ein anderes Tempo immer. Geil. Es ist gut, dass es immer derjenige, der sich alles anguckt, ne? Uh. Ich muss mal kurz den Zaun ein bisschen lauter machen. Oh, da kommen sie ja. Hallo. Na sie? Ja, ich bin vergibte. Ja gut. War eine Hive. Keine Sorge, ich habe alles kaputt gemacht und ich war auch leise dabei. Ja, das fährt auch. Hinweis ist normal. Hinweis ist normal, Ralle. Ja, ich muss die ganze Zeit rum nehmen. Ist ein Zumbi. Keine Sorge erstellen, weil es ist normal. Hinweis ist normal. Ja. Das ist immer das, was ich dann zum Sonntag sagt. Der läuft immer überall durch und ich kriege dann immer die scheiß Fliegen ab und so. Guck, weibst du für Zombies hier. Voll nice. Oh. Jetzt, da war es weg. Da war es. Da war es. Lass mal auf. Was machst du denn da? Da ist ein weiblicher Zumbi, den schieße ich gerade. Gleichberechtigung für Frau und Mann. Sie werden erschossen. Verrückt. Kannst du messern. Mhm. Was ist denn? Ganz schön lauter. Ich renne mal weiter. Das ist mir zu laut vor euch. Oh, Hundis. Kommen jetzt eigentlich 20 Hunde oder so? So, da sind wir jetzt. Vielleicht sollten wir doch langsam mal ein bisschen ruhiger ausbrechen. Da sie jetzt abgegradet haben, können jetzt zwölf Mann auf dem Server sein. Gerade wenn wir zu dritt sind, denke ich so, Mensch. Boah, ist voll easy. Wir holen einfach alles. Das können ja drei andere Dreierteams auf dem Server sein. Und so, ne? Ne, vier. Achso, insgesamt. Achso, ne, was? Ja, ja. Drei andere. Und neun. Mit uns zwölf. One hive. Ja. Ja, ja. Wir müssen ordentlich. Drei, neun, zwölf. Wir müssen ein bisschen leise sein. Okay. Aber ein Team ist schon tot. So, wie die rennt ja bei uns runterläuft. Was? Wir gehen noch. Wieso rennen ich jetzt zu mir? Haut ab. Hinweis ändert sich. Scheiße, Hinweis ändert sich. Ehrlich? Vor uns. 330. Null. Okay. Scheiße, kein Ausdauer. Ah, ja. Ich hab auch keine mehr. Ich hab auch keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Ich sterb gerade. Ich sterb gerade. Tür zu. Lull, was? Hey, war da einer? Warst du am Bluten? Scheiße, kann sein. Kann ich einer retzen? Ne, hier sind welche. Hier im Nordwesten. Kann ich einer retzen? Wechsel ich den in die Ansicht. Warum macht denn das Tor auf? Warum macht denn das Tor auf? Das waren die. Was? Ach so. Einer ist schon da unten. Ich auch. Tür zu. Oh Gott. Hä? Was? Warst du nicht mehr im Leben, Brüde? Nein. Ich konnte ihm auch nicht zugucken. Ach, sag doch. Ich dachte, Brüde war hinter mir. Und Geld hat mir weggehoben. Ich war tot, weil ich dachte, jetzt fließt er mich tot, weil ich ihn gerade hole. Nein. Ich habe einer schossen und den zweiten angeschossen und dann kam der dritte von hin. Ich dachte, Brüde wäre hinter mir. Sag doch, dass du tot bist. Ralle, was wichtig ist bei dem Spiel, mach nicht so viel Krach, halt dich ein bisschen zurück. Schleich ein bisschen, sei mal ein bisschen ruhiger. Dann kann man das so sagen. Aber du immer, yay und bang bang. Das funktioniert so nicht. Sorry, aber das war scheiße. Ich habe einen gekillt, ja. Ich, nicht ihr. Dann würde ich sagen, dann geht direkt mal weiter hier so. Die Folge kommt raus. Aber sowas von. Weil unsere erste. Ey, es gibt jetzt ein Killview. Klick mal drauf. Ja, bringt mir nix. Das steht zum. Das steht zum. Was soll ich mir denn zum hier angucken? Stimmt, oder? Ich bin es dummerweise übersprungen. Voll. Schadenshistorie gibt es aber. Aber die Killview-Camera ist aber seltsam. Echt? Ja. Na gut, gucke ich vielleicht nächste Runde. Du siehst nicht den Hunter, du siehst nur einen, so einen Punkt von Voodoo. Stimmt. Ja, ja, weil das ein Live-Dings ist noch. Also, du siehst die Live-Grad, glaube ich, auch dort rumrennen. Deswegen, weil das ein Live-Ding ist. Nee. Ich weiß, wer Gotox ist. Ich nicht. Ich weiß. Und damit herzlich willkommen zurück zu Hunt Showdown nochmal, weil die eine Runde gerade so ein bisschen abrupt beendet wurde. Ich weiß gar nicht, warum. Und mit dabei sind irgendwie noch zwei andere Chaoten. Ich weiß gar nicht. Oh Gott, ich. Mensch, das sind die Besten. Ich will schießen. Was ist denn los? Komm, du vorne und ich hinten. Lass schießen, schieße ich hier runter. Los. Ja, gut. Okay, drei, zwei, eins. Was? Hey. Hey. Hey, hallo. Aber da kostet viel Geld, ne? Hey, was ist denn los mit euch? Ich muss, ich muss mir vollheilen. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die eine Runde war ja gerade ein bisschen katastrophisch und katastrophal. Und die wird jetzt gerade auch nicht besser. Was ist denn? Warum ballern die? Okay. Warum bleibe ich denn mit einem normalen Rundschiff? Im Sohn? Ist das immer so? Ist das geil? Jetzt schießen wir zu dritt drauf und eine Hive-Feldung. Ja. Nach sechs, sieben. So. Der Level-Bom-Schnitt. Keine Ahnung. Einfach weg, ne? Erstmal weg. Ach, Böde redet mir weiter hinterher, glaube ich. So, dass wir uns mal einfach verlaufen. Die Chaosgruppe gerade echt am Schiff. Ich muss mich jetzt vollheilen. Hat meine Heilung? Ich muss mal... Nee, du kannst ja eine suchen. Da ist so eine Kutsche. Wo? Ach, da hinten. Ballern die wirklich halt auf mich. Hallo? Wo bist denn das Ding da? Das ist ein Witz, ey. Ich gehe jetzt zum Hinweis. Oh, da sind gerade. Und dann ist es auf dem Zone. Okay. Böde noch so. Ja, wir sind zu dritt. Wir fühlen mich unsterblich. Neue Folge. Böde. Ich war's nicht. Böde. Nee, natürlich nicht. Böde hat er ja... Ich bin ja in der Mitte. Böde hat er wieder eine Zunge rausgestreckt. Nein, der reicht's. Böde, wo bist du? Hilfe! Hilfe! Geh' ich nicht um, Böde. Ich hab' den Morty gepolt, glaube ich. Na toll. Viel Spaß. Hallo, Böde. Die Axt war eigentlich für dich. Wow. Was machst du denn? Mit der Axt? Oh, Alter. Ihr brennt. Das nicht. Das ist... Macht man das so? Au! Das kriegst du davon. Ich glaube, wir bringen uns gerade jenseitig eher um. Oh, hier ist Muni. Hast du noch mal eine Heilung irgendwo? Hab' mal eine Heilung? Oh, ich hab' ne Axt gefunden. Ich nehm' die mal mit. Vielleicht kommt noch mal Morty. Ja, toll. Die Muni ist jetzt natürlich leer, weil wir schon ein Snack haben. Achso, ich dachte, ich hab Böde, die weggenommen. Da hat man eben da vorne grad'n Dixi geklappert. Aua! Sag mal, ich hab doch schon keine HP. Ich suche immer noch HP. Was ist denn? Was ist denn falsch hier? Ich weiß nicht mal, wer das von euch war. Was ist denn hier los? Wenn ich jetzt Heilung finde, sag ich euch nicht, wo die ist. Habt ihr Pech, so. Wo es von Heilung ist. Das ist nehm' vorhanden. Wer hätte da immer in die Kutsche gehen können. Was machst du denn da? Kodak! Was denn? Was machst du denn da? Was, Mario? Hast du hier gerade verbunden? Hast du hier gerade verbunden? Nee, komm doch raus. Was ist denn los? Scheiße. Was ist denn los? Hast du die gerade verbunden? Was ist denn los? Dann will ich hier nicht locker in Passivchein, ne? Achso, ich hab immer da verstanden. Das Böde. Böde macht halt immer so'n Kappes. Ich dachte, das wär'n Hintergrundgeräusch. Nee. Das war die Bodensuppe von eben. Ralle, Ralle, Ralle. Komm. Oh, ich hab Peilung gefunden. Oh. Ich hab jemanden gefunden, der darauf aufpasst. Hier ist keine Heilung. Alles gut. Gehen wir nach Solvers, oder wo gehen wir hin? Kommt doch wann. Werden wir im Böde weiterspielen, bestimmt. Aber hier, die. Mann. Da sind Raben geflogen. Das war in der Nachhinein auch da hinzufliegt. Hä, was ist denn? Was ist denn gerade? Wie, was passiert? Sollen wir nicht zu den Schüssen? Sollen wir nicht zu der Ballerei? Das ist ein Baum. Wenn jetzt einer auf mich schießt, dann merke ich das nicht. Hä, warum ist das rot? Das, ich glaub. Weiß ich nicht. Ist das doof. Raben. Okay, aufpassen. Raben. Raben, hier müssen wir nicht in der Nähe sein. Naja, wie zum Beispiel Raben. Die Hype schreit. Oh, ey, merkst du wie doof der ist? Echt, der könnte bei uns mitspülen. Jo, was ist hier? Alles klar, go. Wow. D-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-er-der-der-der-der-der. Oh, tschüss. Wow. Wow. Schieß halt, ey, nur nicht viel, ne? KeineMesse. Bin da ein paar gefunden. Bin da drige Bomben. Äh, das kann mich gerade Zeit. Ich bin vergiftet. Vergiftet. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Soll er fallen? Ich weiß nicht mehr, wer von euch wer ist. Wer bist du denn? Oh, hallo. Keine Ahnung, ich hab mir nicht gemerkt. Ihr seid beide Frauen. Der hat die Bären fallen aber schon längst entschärft. Ich glaube Spinni ist auch aggressiver geworden. Winni, 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 Spinni. Winni, Spinni. Gib der Klaus und die Annette. Was? Wo? Winni, Winni. Wo ist Cash? Cash? Oh, ich hab einen Bärenfalle gefunden. Spinni, Aua. Oh Spinni, bist du doof? Guter weh. Guter weh. Und mal kommt die Spinni hier nochmal hoch? Ich weiß nicht, die werden die ganze da unten rum. Das Feuer, vielleicht rennt sie da nicht mehr so hoch. Oh, sie spuckt aber jetzt auch bisschen schlimmer, ne? Oh, sie ist eine Kasse. Spinni, zum Beispiel Spinni, bist du doof? Ich weiß nicht, ich bin vergiftet. Die Vergiftung hält halt nicht mehr auf. Das ist hier, die wird schon gebändischt. Was ist denn da los? Spinni. Wenden wir mal eben, warum wird denn da alleine die Ding auch noch voll gehalten? Halter. Ruhe. Haben wir die Haltweg gemacht, ey. So ein Arsch, ey. Ich hab dich auch nicht geguckt. Hab ich doch nicht. Als ob. Nein, das ist ja gut. Das sah nur so hoch. Was ist das für ein Geräusch? Ich hab dich geschützt. Was war das für ein Geräusch? Hattest du auch gehört? War das ein neues Monster? So ein Wimmer an gerade. Ja, so... Oh, jo, die Tür offen! Die kommen unten rein! Oben! Ich höre hier auch Steps. Der kommt rein! Da ist noch Dach! Da ist einer drin! Oben, der ist tot! Ja, seine habe ich! Einer ist hinter mir! Auf Dach irgendwo? Bei Böde ist direkt einer. Ist hier einer drin oben? Nee, nee, nee. Ja, Moment nicht. Rechts auf dem Dach sind die draußen. Ja, bei Böde ist direkt einer. Der ballert einfach da durch. Pass auf! Direkt vor dir! Kann mich einer holen? Alter, von wo denn? Von unten, glaub ich. Einer ist noch laut sich vor dem Fenster gewesen. Ja, es ist da oben drin. Ich habe halt keine Schotti. Du kannst außen rum rennen und mich holen. Liege noch auf der Treppe. Du bist drin! Ja. Okay, da waren die Bärenpfanne. Wer kommt da? Schön. Ich weiß, das kommt schon hin. Von der anderen Seite kommt so gut einer. Ja, der wird da nicht runterkommen wollen. Ja, ja, kommt von der anderen Seite. Schieß den tot. Schieß den tot. Schieß den tot. Einfach ein Helli. Ne, ein Helli. Ja, ich weiß. Du kannst ja auch banischen. Nein, ich kann banischen. Genau. Weil das nicht 5000 Stunden dauert. Nein, ich meine, du kannst ja banischen und dann hast du wieder voller HP, meine ich damit. Ja, ich weiß noch gar nicht, wo die Spinde lag. Direkt neben dir. Die hat auf die Füße gespuckt. Ja, hab ich nicht gesehen. Achso. Der war ja direkt hinter mir. Ja, ist das gut. Ach Gott. Ist das schlecht? Wenn wir so laut sind und gar nichts mitkriegen. Ich hab den unten reingekommen und gesehen den Moment. Was? Ja, dann danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zur Handshowdown vom Test-Server. Tschüss. 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 Vielen Dank.